Musik Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ähm, heute haben wir eine Sendung vom lieben Eduard. Die Sendung ist ein bisschen größer als sonst, normalerweise haben wir so einen Wert von 200 Euro. Diesmal ist es ein bisschen mehr, einfach aus dem Grund, weil ich ursprünglich wirklich Not hatte wegen der Folge 100. Sollte ja eine Jubiläumsfolge werden und ich wollte ja ursprünglich eine Mischung aus einer Preiskarte, die ich ja dann auch bekommen habe, und ein paar Retro-Pack-Secrets machen. Und leider Gottes habe ich das nicht mehr hinbekommen. Ich habe nur eine Retro-Pack-Secret bekommen und die ist jetzt hier drin. Die habe ich dann nicht in die 100. Folge genommen, eben wegen den Jump-Karten. Natürlich war es eine tolle Folge, eine tolle Jubiläumsfolge und die 200. wird auch wieder eine tolle Folge. Allerdings sage ich, hatte ich schon bessere. Ich wollte eigentlich den Rahmen sprengen, aber meine Händler haben da konsequent nicht mitgespielt. Diesmal muss ich sagen. Gut, ähm, fangen wir an. Das ist jetzt erstmal das Bonus-Pack. Das sind jetzt alles Bonus-Karten, die dabei sind. Die schauen wir uns jetzt aktuell immer als erstes an. Das ist, oh Gott, Chimäre, irgendwie heißt die Chimäre, oder weiß ich ja gar nicht, also G4, könnte das ein Gameboy-Spiel sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine Karte von Yugi gewesen. Die haben wir jetzt hier in der Ultra-Rare. Die gibt es ja auch in Super, war das, glaube ich, aus irgendeiner Legendary Collection. War es nicht, Yugi's World? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber richtig, richtig cool auf jeden Fall. Richtig geiler Bonus. Sowas freut mich immer. So, dann haben wir, oh Gott, den Namen weiß ich gerade gar nicht mehr, aus der WeJump. Mit W sogar noch geschrieben. Auch in Ultra-Rare, auch mega fett. Ich muss nur mal gucken, ob es die denn auch in Deutsch oder so in Englisch in derselben Rarity gibt. Aber ich glaube nicht. Dann haben wir, oh Gott, ist das nicht so ein Überfall-Raptor? Irgendwie sowas. Raid-Raptor, ich glaube, dafür steht auch das RR. Ja, richtig cool. Ich glaube, das war eine Super-Rare-Shining-Victories bei uns. Hier ist es eine Prismatic-Secret. Mega cool. Dann hier sehr schön. Das ist der Kinetic Soldier. Leider ein bisschen angeditscht. Hier, dort und da oben. Das hat nur was für die private Sammlung. Aber trotzdem sehr cool. In Prismatic-Secret-Rare sieht man ja sonst eher in Super-Rare. Dann aus Wing Raiders. Super-Quantan-Mech-Ungeheuer Magna-Liga. Habe ich auch noch nie gesehen vorher. Wusste gar nicht, dass es die gibt. Sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir Boogie-Falle aus Maximum Crisis. Mega cool. Dann ein Spiral-Schläfer. Einen Pendelsturm aus Bosch. Dann einen kinetischen Magier aus Cybernetic Revolution. Den gab es doch bei uns auch in Super-Rare, oder? Der ist auch ein bisschen angeditscht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher momentan. Muss ich mal gucken. Und dann noch ein paar Cummins und Rares. Dann haben wir hier die Sprengkugel aus SDMM. Den Vize-Drachen. Den verbotenen Kelch. Den nächtlichen Angreifer. Dann haben wir Erz und La Weltler Kavallerie. Und Erz und La Weltler Riese. Das waren die Bonuskarten. Vielen, vielen lieben Dank dafür, lieber Eduard. Mal wieder ein sehr, sehr schönes Bonus-Pick. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Sendung. Und hier sind ein paar richtig coole Karten dabei. Zunächst haben wir hier den Nach-Rver aus dem Retro-Pack. Da liegt auch noch ein zweiter bei ihm parat für mich. Das war eben genau das, wo ich... War die einzige Retro-Pack-Secret, die ich ranschaffen konnte. Hätte dann aber auch nicht zu den Jumps gepasst. Deswegen habe ich mich dann doch noch dazu entschieden, die Karte jetzt halt nicht in die Folge reinzubringen. Ist natürlich ein bisschen doof, weil das jetzt halt eine etwas teurere Sendung ist als üblich. Und das eigentlich für nichts Besonderes mehr. Obwohl es anders geplant war. Aber es war einfach schwierig. Also ich muss sagen, diese Folge zu organisieren, war das Schwierigste, was ich bisher hatte auf dem YouTube-Channel. Ihr habt ja auch gemerkt, ich musste immer mal wieder so ein paar Videos zwischen reinwerfen, so Sondervideos, irgendwas, was ich euch gezeigt habe. Damit einfach nicht nichts auf meinem Kanal kommt. Und dann kam ja auch noch das Mega-Opening. Und ich denke mal, ich habe die Sache ganz gut retten können. Jedenfalls nach EFA. In Secret Rare geht, glaube ich, auch einiges. 80 Euro oder so, bin mir gerade nicht sicher. Retro-Pack 1. Sehr, sehr schöne Karti. Ja, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber es ist das Covermaster des nächsten Sets, das bei uns rauskommt. Den habe ich hier geschlagene zweimal. In Ghost Rare. Bei uns wird er natürlich wahrscheinlich eine Secret Rare werden. Gibt es natürlich dementsprechend auch in Japan als Ultimate Rare. Da habe ich leider noch keine. Das sind jetzt meine ersten beiden Exemplare. Sehr, sehr cool. Sieht echt nice aus. Und natürlich in Holographic Rare, muss man glaube ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht Ghost Rare. Das unterscheidet sich dahingehend, dass die Ghost Rares, die wir sie kennen, noch ein bisschen Regenbogenfarben erschwimmern. Und bei denen fehlt dieser Regenbogeneffekt. Zumindest ist er nicht so stark vorhanden. Richtig cool. Sieht mega nice aus. Freut mich, dass wir die hier haben. Dann haben wir die Nummer 10, Nummer 73 in Collectors Rare. Die Rarität, die ich noch besser als Ultimate finde. Also es ist wie Ultimate Rare. Nur eben noch ein bisschen getunter sozusagen. Das ist alles so aufgesplittet. Wie als hätte man eine Fensterscheibe eingeschlagen. Richtig, richtig cool. Sieht echt sexy aus. Mega, mega fett. Richtig cool. Ist das nicht dieser Abyss-Spritzer? Ich glaube nicht, oder? Oh, ich habe die Namen nie auswendig im Kopf. Meine Güte. Weiter geht es mit, das ist dieser Makura, oder wie er heißt. Aus DL2 in Ultimate Rare. Japanisch. Mega, mega schön. Mega coole Karte. Gibt es bei uns auch in Super Rare. Dann haben wir, oh Gott, den Namen weiß ich jetzt auch nicht. Tut mir leid. Bei den japanischen Karten. Ich hätte mir Notiz machen müssen, aber mein Drucker funktioniert leider nicht. Deswegen habe ich hier keinen Notizzettel liegen und muss deswegen die ganze Zeit sagen, dass ich die Namen nicht weiß. Weil bei den japanischen Karten, wenn es neuere sind, dann weiß ich halt tatsächlich die Namen nicht. Von dem habe ich auch schon einen. Ein Exemplar, glaube ich. Aber es ist Abyss-Rising, muss der, glaube ich, sein. Und ja, ist auf jeden Fall eine mega, mega coole Karte. Das ist auch so ein Schädel, Erzunterwälder oder irgendwie so. Gab es bei uns, glaube ich, in Ultra Rare. Hier haben wir ihn ebenfalls als Ultimate Rare aus ANPR, also aus dem, wo auch der antike Feendrache her ist. Richtig cool. Dann haben wir hier noch ein paar Oldschool-Karten in Ultra Rare zum Beispiel. Die hier, mega schön, mega tolles Artwork. Ist halt noch richtig Oldschool, richtig böse, so wie es sein soll. Den hier in Ultra Parallel Rare aus MA22 oder beziehungsweise aus MA, Karte Nummer 22. Wird es wahrscheinlich dann auch in Ultimate Rare geben, denn bei den alten japanischen Sets ist es tatsächlich so, dass in den normalen Sets, aus denen dann später in Kombination mit einem anderen Sets, die normalen Sets, die bei uns rausgekommen sind, entstanden sind, kann man dann alles später auf der Website nachlesen, die ich gerade mache, gab es die hier wirklich als normale Honus in den Sets drin, also in den Booster-Sets. Das ist auch eine extrem schöne Karte, auch noch im alten Layout. Richtig schön, richtig Oldschool. Die Hand erinnert mich an irgendein Monster. Ich könnte schwören, dass die zu irgendeinem Monster gehört, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das hier, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich kenne diese Karte nicht. Das sieht eigentlich aus beinahe wie der Paladin des Weißen Drachen, nur als Effekt-Monster-Version. Also dieser Ritter hier oben mit der Rüstung ist auf jeden Fall derselbe. Der Drache unterscheidet sich, glaube ich, geringfügig. Ich bin mir eigentlich, die gibt es auf Deutsch, glaube ich, nicht. Die gibt es nur in Japan, glaube ich zumindest. Also mir wäre sie zumindest nicht bekannt. Das ist die, die bei uns gibt. Auch eine richtig coole Karte auf jeden Fall, aber ich kann halt auch nichts zum Namen sagen. Den hier kennen wir natürlich auch alle, den gibt es ja auch im Secret. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich in Kammeln. Hier haben wir jetzt in Super Rare auch eine richtig coole Karte, eine richtig spezielle Karte, auch vom Artwork her. Eine Karte, die einfach im Kopf bleibt und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass solche Karten, so wie sie hier designt sind, einfach nur der Kopf und die Schultern und vielleicht zwei Krallen oder so, dass sowas einfach mal wieder öfters gibt. Das ist einfach individueller. Dann, der nette Bubel im unzensierten Artwork. Don Saluk hat bei uns zwei Schwerter. Die Pistolen wurden zensiert. Also hier hat er auch tatsächlich zwei Pistolen in der Hand im unzensierten Artwork. Richtig schön, richtig coole Sache. Muss ich mir auch noch mehr ranholen. Die hier kennen wir, soweit ich weiß, auch nur und ausschließlich nur in Kammeln. Hier ist es jetzt eine Ultra aus G3. Das wird wahrscheinlich wieder ein Gameboy-Spiel gewesen sein. Auch eine extrem schöne Karte, schöne Vanilla. Dann der Trickreiche in Gold Rare. Wir haben ihn schon mal in Gold Secret Rare gesehen auf Japanisch. Hier haben wir ihn jetzt auch noch mal im normalen Gold Rare, wahrscheinlich aus dem selben Set sogar. Sehr cool, natürlich auch das alte Gold Rare, so wie es sein soll. Dann haben wir hier, oh Gott, das ist glaube ich irgendwie ein DDD-Wellenkanon-König-Cäsar oder wie sie alle heißen. In der Prismatic Secret Rare, ich glaube bei uns, war er in Super Rare. Ja, die Chinesen oder die Japaner haben einfach mehr Stil. Und zu guter Letzt haben wir tatsächlich noch eine UA-Karte, was mich halt ein bisschen wundert. Denn erstens ist das hier ein ganz normales Secret Rare, wie man sieht, oder ein bisschen. Es ist auch ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Aber es ist unserem sehr ähnlich, also nicht Prismatic auf jeden Fall. Und soweit ich weiß, war das doch eigentlich ein TCG, also ein Only-TCG-Thema. Genauso wie, oh Gott, wie heißt das, FN oder FM, was jetzt rausgekommen ist. Wundert mich, dass es die überhaupt auf Japanisch gibt. Aus EP15, von dem Pack habe ich auch noch nie was gehört. Und ja, das war's mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie mir. Ich persönlich bin mit den Karten mehr als zufrieden. Vor allen Dingen der Nachäffer ist sehr schön. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.